Ja, das tun wir. Valhamon. Gepriesen sei. Ich rutsche mal hierhin in der Hoffnung, dass wir nächste Runde wieder gesund sind. Wir machen mal 10 katharische Hopliten. Es sind zwar schon verdammt viele, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also wir könnten auf noch mehr Reiter gehen, aber das sehe ich dann irgendwie auch nicht so ein. Ja, Corsentia wäre das nächste Ziel. Er belagert einfach Rom. Ich bin fasziniert von seinem Mut. Verliert Brundisium eigentlich? Ja, die hat Männer verloren. Mal, wie das ausgeht hier. Also er wird ziemlich safe mit den Leuten hierhin ziehen. Und ich kann versuchen Corsentia einzunehmen und dann irgendwie... ...hoffen, dass ich hier über diese Landzunge das alles safen kann mit dieser Truppe, die ich jetzt da positioniert habe. Ich habe wohl noch ein bisschen das Problem, dass hier hinten noch gute Unruhen auftauchen können. Das habe ich noch nicht im Griff. Kriege ich, glaube ich, so schnell auch nicht in den Griff. Weil die lateinische Kultur hier noch dominiert. So. Ähm. Seid gegrüßt. Sprecht gerade heraus. Wenn ich euch bezahle. Ich hoffe, dass ich ihn vielleicht motivieren kann, die Stadt anzugreifen. So hinterrücks. Er hier ablassen muss. Gut, wir werden es rausfinden. Vielleicht können wir es in den engen Gängen mit den Elefanten regeln. Irgendwie. So, Neapol ist wieder eingenommen. Wieder zurück. Ist wieder römisch. Er hat Rom eingenommen, aber Rom kann er nicht halten, weil er wird jetzt dann eh gleich belagert. Die Geister sagen uns, dass wir euch Gold anbieten sollen. Und mit dem... Noch nicht. Zack, die Getole sind tot. No way. Jetzt kommen die Nassamonen noch dazu. Ich glaube, ich tritt ein Pferd. Ah, Afrika. Was für ein brodelnder Kern. Also, hier würden meine Einheiten noch mehr Erfahrungsränge kriegen. Aber da bin ich ja eigentlich nicht mehr dran. Sondern das Ziel ist ja eigentlich, ihn auszuhungern. Baut er eigentlich noch was auf? Das heißt, wir versuchen jetzt hier über die Bedrohung zu gehen. Um hier noch mehr rauszuholen, dass das... Es wird mir erst in der nächsten Runde angezeigt. Das hat er drei Nahrung. Wenn ich das jetzt noch rausbaue, ja... Ich könnte... Ich könnte Frieden schließen. Das nächste, was er dann tun würde, ist, er würde wahrscheinlich gegen Kartago rennen. Neu-Kartago, also meine Verbündete. Neu-Kartago ist ja aber nicht mehr beschäftigt. Die haben ja nichts mehr zu tun. Die haben ja jetzt gerade die Getula, also die letzte Armee haben sie geschlagen. Würde bedeuten, wir könnten... Das versuchen durchzuboxen. Dass ich mich hier damit nicht rumschlagen. Zwei rum. Ich weiß nicht, ob ich eine Strafe kriege. Ich glaube schon. Also, ähm... Es ist so. Er erklärt ihm den Krieg. Oder hat er mir den Krieg erklärt? Wir werden es gleich sehen. Kann sein, dass ich jetzt einen harten Malus kriege. Wir fordern viel Geld von ihm. Das will ich haben. Dafür, dass wir Frieden haben. Weil er greift nachher einfach nur Neu-Kartago an und so. Er hat mich direkt angegriffen, deswegen nicht. Ich glaube, wenn er meinen Verbündeten angegriffen hätte und ich dann... Er hat's Maul. Wenn er meinen Verbündeten angegriffen hätte und ich hätte dann gesagt, hör zu. Ähm... Ja, ich trete dir beim Krieg bei und dann machen wir direkt Frieden danach. Dann wäre meine Verlässlichkeit runtergegangen. Und dann würden wir alle nicht mehr glauben. Das geht nach einer gewissen Zeit wieder hoch, aber... Ich werde euch die Ehre erweisen. Ich fürchte Handel... Seid gegrüsst, mein Freund. Fürchtest Handel mit mir? Was fürchtest du Handel mit mir? Seid willkommen. Aber strah... Tretet ein, Freund, und sprecht. Ja, endlich. Aber Handel ist immer noch kein Thema für ihn. Also, nein, ich wollte nicht mit ihm aufkündigen, sondern... Was ich halt machen könnte, ist, dass ich ihm sage, er kämpft ja noch gegen die. Und Epirus hat nichts mehr. Äh, ich zeig das schnell. Epirus ist hier auf dem Meer. Das Apolloni haben sie verloren, Larissa haben sie an Sparta verloren. Ähm... Dementsprechend haben sie nichts mehr. Wir sind auf offener See. Okay, ich könnte ihm das Angebot machen. Ich handle für dich. Dafür trete ich bei, ne? Krieg gegen ihn. Er ist eh keine Bedrohung mehr. Wir sagen einfach mal, wir machen das jetzt. Okay, nein. Ich bin gegen Sparta noch. Krieg... Wir können versuchen... Seid willkommen. Aber strafe uns Athene, wenn wir in unseren Gesprächen von der Wahrheit abweichen. Ups. Ja. Ich kämpfe gegen die. Das ist das, was ich will. Er hat angenommen. So, jetzt führen wir Krieg gegen Epirus. Okay. Die sind keine Bedrohung mehr. Athen mag das aber. Die finden das geil. Oh yeah. Er ist voll im Krieg mit Epirus. 28 plus. Vielleicht will er jetzt handeln. Kommt. Aber gut, wir haben ein bisschen Geld gekriegt. Zuerst drauf. Hey Sorgen, grüß dich. Mir geht's gut. Danke. Ich hoffe, die auch. Äh... Die mögen mich nicht. Warum nicht? Krieg mal die Pyrus. Willkommen. Okay. Ich öffne euch die Türen und öffne... Das ist egal. Okay. Wir haben ein bisschen Gold rausgeleiert. Immerhin. Die zwei können wir rauskicken. Brauchen wir nicht mehr. Die Panten sind ein bisschen teuer im Unterhalt. Deswegen wechseln wir wieder zurück. Mago. Ein Mago. Von der Magonischen Dynastie. Das macht natürlich Sinn bei dem Namen. Du musst was nachholen hier auf dem Kanal. Ja. Du. Okay. Vielen Dankeschön für vier... Vier zu spitz, mein Lieber. Anheuern. Bleibwache. Der kostet... Im Unterhalt... Hier drüben, wo meine Waskarte ist. Da seht ihr es. Kostet nur 90. Und der Elefant kostet 200. Deswegen wechsle ich wieder zurück. Ich kann das hier für... Für einen stabileren Grundunterhalt. Macht das Sinn. Wenn ich hier eh nicht am Kämpfen bin, ist das ja gerade gut. So was. Dann waren wir aber keine Verteidigung. Öffentliche Ordnung. Dankeschön für die 80 Spitz noch. So, Killing. Vielen Dank. So. 15. Hier drin sind 6. Er darf übrigens eigentlich nicht über mein Land laufen. Das heißt, wenn er ihn angreifen will, muss er außenrum. Weil er hat keine Genehmigung, über mein Land zu laufen. Er hat aber die Genehmigung, rüberlaufen zu dürfen. Weil er darf mein Land passieren. Ich hoffe jetzt, dass folgendes passiert. Dass er zurückrutscht und hier bleibt und nicht angreifen kann. Außer er geht übers Wasser. Dann schaffen sie aber vielleicht seine Admiräle. Nein, doch. Was zu machen. Wir werden es gleich sehen. V. Geht. Ja. Das hier ist weg. Wie machen wir das? Versuche ich Konsens hier einzunehmen. Wir hätten die Truppenstecke. Es würde reichen. Und er müsste sich dann entscheiden, in welche Richtung er geht. Will er nach Rom, um Rom wiederzuholen? Was er wahrscheinlich eher macht. Was er wahrscheinlich eher macht. Wir würden so einen guten Schritt vorwärts kommen. Also gut. Wir holen uns das. Ich führe dieses Schlag ganz, ganz, ganz schnell selber, weil ich Angst habe, dass einer meiner Pferde stirbt, wenn ich das automatisch berechnen lasse. Oh, geht raus. Super. Ja, das sind zwei. Die hier reiten wir einfach oben. Die hier reiten wir oben. Und da werden die... Da gehen unsere Hopliten drauf. Unsere katharischen. Nehmen wir mal... Nur die stärksten. Nur die stärksten. Okay, das ist gut. Höhenunterschied hier. Höhenunterschied hier. Und dann... Höhenunterschied,кomem. Also, noch Blickenwand, 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 NUR,处理, GARFOL,cho WiFi! Main save up! Marsch! Schießt! Speci elles! Die stärken wir hier mal ein bisschen. Die Plebieb sind alles wie ein Mob. Halt nur auf Römisch oder Latein. Richtig zu stehen, Dankeschön. Weißt du was, bleibt weg. Wir ballen denen einfach ein paar Speere in den Rücken. Auch das kann entzücken, ein paar Speere in den Rücken. Weil die Rorari, die kriegen wir hier eigentlich mit unseren Hopliten weg. Aber das hier, das tut richtig weh. So ein paar Speere in den Rücken. Werden zwar auch ein paar von uns getroffen, aber die haben ja die Schilde wenigstens in die richtige Richtung. Dementsprechend gehen sie schnell runter. Also der Winkel von den Geschossen ist durchaus ausschlaggebend, wie tödlich sie sind. Einmal noch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte... Danke, man braucht es nicht. So, damit haben unsere Pferde es überlebt. Zu 100%. Gut. Ich werde aber gleich ein anderes Problem kriegen, das wir noch lösen müssen. So, jetzt wird es hier wahrscheinlich einen Aufstand geben. Wir nehmen aber ganz kurz die Steuern raus. Wird immer noch einen Aufstand geben. So. Meine Frau wird jetzt Spiele organisieren. Das kostet mich 2 Loyalität für die anderen Fraktionen, aber das macht ja noch nichts. Und gibt mir 8 Gravitas. Wir organisieren Spiele in... Hier. Magna. Grecia. Endin. Wir werden hier Spiele abgehalten und das beruhigt die Bevölkerung auch nochmal ein bisschen. Das heißt... Hier sieht man es gerade. Nein, das ist was anderes. Also... Hier, das ist die Krankheit. Die gibt uns minus 10. Die dauert noch eine Runde. Dann halten wir Spiele ab. Die gibt uns plus 10. Das dauert, glaube ich, 2 Runden. Das sind wir jetzt gleich. Oh. Dieser Agent stiehlt mir auch Nahrung, sehe ich gerade. Ja. Das heißt, in der nächsten Runde haben wir das wieder stabil. Äh, nein. So. Wir ändern natürlich die Kultur hier. So. So. Okay. Den Stiefel von Italien haben wir schon mal. Die Spitze des Stiefels von Italien, meine ich. Okay. Er macht sich auf den Weg zurück. Und Rom bleibt? Echt jetzt? Und jetzt hat er Neapolis wieder eingenommen. Äh, eingenommen. Okay. Wir bitten euch inständig. Zeigt die Frage. Wir bitten euch inständig. Zeigt die Frage. Zeigt die Frage. Wir haben eh andere Sachen zu tun. Nehmt diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammern laufen über. Er würde mir 10.000 bieten. Ich könnte ihn zum Klientelkönigreich machen. Das könnte vielleicht bedeuten, dass er mit Libyen Frieden schließt. Auf der anderen Seite, nein. Ich glaube ich werde dadurch, ja dadurch leidet mein Ruf. Weil er hat Libyen angegriffen und ich habe geholfen zu verteidigen. Deswegen ist er nur im Krieg mit Libyen und mir. Wenn er mich angegriffen hätte, hätte Kartago noch mitgeholfen. Also Neukartago. Und die Etruskische Liga. Weil die hätten ja auch, ne. Auf der anderen Seite würde es wahnsinnig Ruhe hier, also es könnte Ruhe hineinbringen. Wir lehnen mal ab. Mein Ruf ist gerade wichtiger. Ansonsten erklären mir alle Fraktionen nachher den Krieg. Nein, guck. Er ist einfach durchgelaufen. Was für ein Frechdachs. Ich bin jetzt gebrochen. Makedonien steht jetzt alleine da. Ganz, ganz schlecht. Meine Spionen können wir noch besser ausbauen. Wo ist das Feuer? Oh, wir werden aber auch geplagt. Wir werden geplagt, meine Damen und Herren. Eine Plage jagt förmlich die nächste. So, aber wir würden in einem Atemzug könnten wir Brundisium angreifen. Ich glaube, die eine Armee ist hier hingerannt. Das heißt, er wird so schnell es geht nach Rom rennen. Und Rom einnehmen, solange es ungeschützt ist. Die Etruskische Liga erweist sich als wesentlich nützlicher als ich dachte. Mit der Etruskischen Liga haben wir jetzt tatsächlich echt Glück gerade. Wir können jetzt auflösen, weil jetzt haben wir hier eigentlich die wichtigsten Fraktionen kennengelernt. Chimera. So, zuerst mal ganz kurz gucken. Einer von euch. Willkommen. 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 Wie sieht es bei dir aus mit einem Nichthandel? Seid gegrüßt, mein Freund. Spreng. Äh, da sagst du ja? Wie sieht es aus mit Handel? Ich kann diesen Dinger zustimmen. Sieht ihr aus mit Handel? Jetzt schon. Noch nicht gern. Wir sind verbündet, deswegen hat sich das verbessert. Seid gegrüßt. Wir sind ein zivilisiertes Volk. Ihr könnt frei sprechen und wir geben euch eine ehrliche Antwort. Sehr gut. Wir nehmen... Wir haben ihn nicht angepackt, auch mit denen. Lass das mal so. Schwierig. Ich will mal kurz was schauen. Und zwar... Warte mal. Lübien erweist sich gerade als echte... Als... Als echte Bombe. Also... Wir haben gerade das eingenommen. Ich glaube, hier war gross Nahrung. Wenn wir Glück haben, dann haben sie hier nicht genug ausgebaut. Und dann verhungern die auch. Ich sehe aber gerade, dass die Nassamon hier... Äh... Für Unruhe sorgen. Damn. Haben die ein Problem? Zwei. Was denn schon? Zwei Runden. So wie die Garnison geschwächt ist. Okay, also... Er rekrutiert hier gerade. Ich nehme an... Also er hat hier zwei Armeen. Er hat hier 16. Und hier hat er sieben Wannen drin. Hier rekrutiert er dann nochmal nach. Wenn er das schafft, das einzunehmen... Wird das glaube ich sofort wieder zurück erobern. Wir haben jetzt nur noch eine Nahrung. Plus, seht ihr es? Die ist unter Umständen schaffe hier noch weiter zu kommen. Könnte ich ihn aushungern. Step by Step. Ich könnte jetzt schon hinrennen und belagern. Gut, das würde keinen Unterschied ausmachen. Dann auch einfach noch eine Runde. Wenn ich Glück habe, verschwindet er sogar noch hier. Wir haben natürlich Rom extrem geschadet, indem wir diese Armee hier zerschlagen haben. Ihm hat diese Armee nachher gefehlt. Deswegen konnte die Etruskische Liga auch da überhaupt so einbrechen. Also einbrechen in Anführungszeichen, ne? Ja. Sieben. Sechs. Ich rutsche mal hier hin. Ich rutsche mal hier hin. Das reicht nicht. Müsste bis hier hin. Topf, ne? Mal gucken, wie er sich bewegt. Dann schauen wir mal, wie sich das Geschehen in Rom ändert. Äh, in Italien, Entschuldigung. Okay. Er setzt sich hier auf den Präsentierteller. Ich kann ihn gleich angreifen. Mit den drei Schiffen mehr Kriege hin klein. Epirus schippert jetzt zu mir, weil wir ihn den Krieg erklärt haben. Das ist aber nicht schlecht. Wenn ich ihre Flotte niederwalzen kann mit meiner Armee. Auch gut. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld mit dem Gebühren. Äh, nein. Gug Libyen sollte ich wegmachen dann. Okay. Dinasamonen. Ärgerlich. Hätte ich den Frieden doch versuchen sollen durchzudrücken. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Hier machen wir nochmal, ne? Das ist der Veteran, der seltene Veteran. Er gibt hier ein bisschen Boni. Das ist mehr Erfahrung. Und ihm geben wir jetzt hier große Anführer. Damit er noch zwei Autoritäten mehr kriegt. Ja, das ist. Also. Die ist ihm hungert nicht mehr. Aber er bewegt sich gerade nach oben. Erlass annulliert. Krankheit ist ausgebrochen. Den E-Roll. Ja, die hungern. Er hat minus fünf. Das heißt, Libyen wird, äh, Garama einnehmen. Ohne Probleme. Ist das hier nicht gut ist? Ich könnte das hier holen. Ich lebe um den mächtigen... Ja, wir gehen zuerst mal hier diese Flotte zu stellen. Ah, du glaubst, du schaffst das? Ich bin ein Meister des Rammens auf offener See. Dafür habe ich ja diese Feuertopf-Dudes geholt. Ich denke, dass er gewinnt, weil er hier zwei... zweimal, äh... Dings drin hat... ...Hat... ...Hat-Löhrig. Trocken ist gut. Seht ihr wie schön, dass hier noch an der Küste ist? Hier auf der Seite, ne? Weil wir auch auf der offenen See an der Küste sind, ne? Seht ihr's? Voll geil. Voll geil! Zu euren Diensten! Unterstützungs-Schiffe! Waffen bereit machen! Eins... ...wei... Er wird mit der Artillerie versuchen, meinen Kommandanten... ...zu ballern, logischerweise. Wir bewegen uns einfach mal vor. Na? Er schießt auf andere. Okay. Wohl beides. Ein, du weißt! Du weißtot! Für eure Diensten! Unterstützungs-Schiffe! Kampfs-Schiffe bereit! Unterstützungs-Schiffe bereit! Kampfs-Schiffe einsatzbereit! Bewegt euch! Guter ins Wasser! Entschuldigung! Unsere Geschosse erwarten eure Befehle. Möge bei all Khamon uns Kraft geben. Haben wir es? Hier 28% Schaden. Alter. Das ist ein schämtlicher Anblick. Die fliehen auch vor der Schlacht. Mach das scheiß Ding mal down hier bitte. Na, warte noch. Ich will die, ich will es vollständig tot haben. Auf der anderen Seite könnte ich eine zweite Schlacht führen. Machen wir. Wenn ein Schiff überlebt, dürfte sich das Schiff zurückziehen. Dann kann ich, glaube ich, noch ein zweites Mal angreifen. Dann kriege ich mehr XP. Weil ich jetzt zwei Schlachten führe. Das eine Schiff hat überlebt. Er müsste sich so zurückziehen wie ich. Ja, perfekt. Da will ich eh hinsegeln. Ram-Bonus für alle Einheiten. Noch mehr Ram-Bonus hätten wir dann. Ich will aber tatsächlich noch ein bisschen mehr Reichweite deswegen nicht gehen. Nein! Wir kommen nicht hin. Wir kommen nicht hin. Schade. Kriegen wir das geregelt? Wenn ich Glück habe, versuche ich nochmal zurückzurennen. Er hat die Armee zerfetzt. Das hier müssen wir in den Schiff kriegen. Ich will zuerst... Das Geld fließt zuerst mal in die Problemzonen. Problemgebiete, wollte ich sagen. Und das ist das hier. Weiterhin. Ich baue das aus. Ich hoffe sehr, dass er sich bald wegbewegt da. Ich frage mich, was er gerade vorhat. Will er wirklich Rom nehmen? Ist er überhaupt in der Lage, Rom zu nehmen? Ich mache hier mal Nahrung und öffentliche Ordnung, dass wir hier kommen. In der öffentlichen Ordnung. Den Erlass, den ich in Kartago hatte, habe ich ja nicht mehr. Er will Neapolis natürlich holen. Ja. Na schön. Acht auf See. Und da hat sich das jetzt... Äh, Libyen hat das geschafft? No way! Was glaubst du denn, dass wir jetzt hier für ihn fließen? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Libyen diese... Das war eine Armee aus 20 Mann. Gut, die Wüsten, also die Numidia, also zusammengefasst unter Numidia. Haben auch extrem viele Sklaven-Infanteristen. Und wahrscheinlich hat die Armee grösstenteils aus Sklaven-Infanteristen bestanden. Wahrscheinlich schon, ja. Das hat er jetzt gerade eingenommen hier. Da gibt es aber eine Rebellion. Aber egal, ob die Rebellion hier oder hier stattfindet. Wenn sie hier stattfindet, wird er das tötet. Wenn sie hier stattfindet, wird er das machen. Dass er hier jetzt mit dem einfach durchspaziert, bin ich nicht so begeistert von. Auf der anderen Seite, jetzt wo der andere tot ist. Wir werden es beobachten. Unter Umständen schicke ich ein Schiff hin. Ist er? Alter, wie weit ist er denn geschwommen? What the fuck? Nehme mal zurück. Okay, er wird in der nächsten Runde wieder hungern. Hier hat er Minus. Er wird sich wahrscheinlich das hier krallen. Äh, Neapolis, Entschuldigung. Sind wir bei Null. Dann bleibt er im Minus. Egal was kommt. Weil Brundisium ist mega gut verteidigt. Das sind elf Mann in der Verteidigung drin. Äh, drei Schiffe, die auch nochmal in die Verteidigung gehen. Plus die sieben. Also wir reden von vierzehn. Wir reden von... Äh, vierzehn. Wir reden von, äh... Achtzehn... Einundzwanzig. Hier in der Verteidigung sind zwei Mobs. Sind dann neunzehn. Aber trotzdem neunzehn Mann in der... Also neunzehn Truppen in der Verteidigung ist... ...kwer zu knacken. Mit nur einer Armee. Wo ich direkt angreifen muss. Kann ich Großzeit für eine Belagerung haben, ne? Oh. Was läuft hier eigentlich? Gut, gut. Hier machen wir mal einen Getreidemarkt rein. Weil in Carthago gibt es 25% mehr Wohlstand aus allem Handel. Das heißt, wenn ich hier 100% Wohlstand aus dem lokalen Handel kriege, kriege ich in Wahrheit 150. Ihr könnt auch ne Falle stellen. Ihr könnt ein Hinterhalt fingieren hier. Und hoffen, dass er reinrennt. Ich glaube, ich mache es so. Er wird das hier einnehmen. Da wird er stark genug sein. Dann wird er wahrscheinlich auf Rom marschieren. Wenn wir Glück haben, versucht er in der Zwischenzeit irgendwas nicht Kluges zu machen. Bleibt hier. Dann kann ich Brundisium und dann Neapolis holen. Dann kann ich Neapolis verteidigen. Und dann kann ich sie hier oben aushungern im Prinzip. Oder warten, bis sie sich gegenseitig gekillt haben. Wenn Ruhe mal weg ist. Wenn wir uns in Ruhe aufbauen. Das ist gut dann. So. Wie sieht es aus mit Handel? Thema? Nein. Wie sieht es aus mit Handel? Thema? Aber natürlich nicht. Aber ich sehe, dass Pergamon hier die Küste erobert hat. Er. Du bist ein Clou. Rodos gefällt das, weil. Ich kann eure Bedingungen. Sprecht, mein Freund. Endlich. Die Götter. Ich warte mit Spannung auf. Yes, Baby. Pontos hat er angenommen. Könnte Pithynien auch. Willkommen. Ein gut gemeintes Angeln. Seid willkommen und sprecht. Polis. Ich bin geehrt, eure Botschaft. Wie sieht das aus? Ja. Ich habe auch keine Ressourcen, die die Leute gerne hätten. Wir importieren nur. Wir exportieren nichts. Deswegen gibt es auch nicht viel. Ich habe auch nichts. Ich habe nichts. Holz gehört Neukartago. Ja, das war es schon. Wenn ich Neapolis habe, habe ich Olivenöl. Olivenöl, das ich dann exportieren kann. Das. Da haben die Leute natürlich Freude dran. Feiern sie. Dann verdiene ich auch mehr über den Handel, logischerweise, weil ich eine Ressource habe. So. Also zack. Neapolis wurde genommen. Die Hungersnot ist ausgebrochen, wie ich prediktet habe. Beziehungsweise wie es klar war. Wenn man es gesehen hat auch. Aber jetzt werde ich aber töten können, oder? Wenn ich gegen Epirus kämpfe, könnte das Athen gefallen und das könnte dazu führen, dann... Mein Herr wünscht eurem Volk nicht. Ah ja, willst du das? Tatsächlich, ja. Ich sag mal nein. Da ist die Rebellion. Libyen! Was machst du denn? Silberne Zunge! Unsere Boten haben in einem Dorf in der Fremde eine Frau gefunden, die mit der Überredungskunst gesegnet zu sein scheint. Wie könnten sie als Unterstützung für zukünftige Verhandlungen mit Fremdnationen anheuern? Was sagt ihr dazu? Wir könnten es verweigern, es gibt Loyalität für die anderen Parteien. Oder wir holen sie. Ich entscheide mich, sie zu holen. Eine wertvolle Diplomatin. Das heisst, wir haben jetzt bei der Fraktion hier, diese Dame. Und wenn wir hier auf Eigenschaften gehen, hat sie hier Fähigkeit Diplomatin. Diese Frau hat ungewöhnliche Kenntnisse über andere Kulturen und Bräuche. Plus 6 auf Diplomatie mit allen Fraktionen und Fraktionen usw. Das ist gut. Ich kann sie adoptieren. Das kostet mich nur Gravitaskosten. Zack. Sie ist ja eine Adoptierte unseres Hauses. Und wenn sie selber genug Gravitas hat, kann ich sie verheiraten. Dann haben wir einen zusätzlichen Mann in unserem Clan, den ich als General einsetzen kann. So funktioniert das. Und bei ihm weiss ich es noch nicht. Er ist... Wir könnten ihn zwar auch dazu holen unter Umständen, obwohl er auch wachsen genug ist mittlerweile. Amilcar hier, ne? Machen wir mal folgendes. Ich... Na gerne, so mal kurz hier rein. Soll er nachher hier hinstehen, dann rekrutieren wir hier. Einen Streiter. Dann wechsle ich den General aus, beziehungsweise das kann ich jetzt schon machen. Jetzt gucken jetzt, wo ist mein Sohn? Ah, so und hier. Amilcar. Amilcar heisst der gute Herr. Jetzt ein... Amilcar. Auch wenn es Geld kostet. Zack. So. Und dann wird er nachher von dem Söldner-Veteranen ausgebildet. Und kriegt XP nur schon durchs Warten, weil wir ihn einfach hier stehen lassen können, damit er für ein bisschen Ruhe und Ordnung sorgt. Dann muss ich ihn nicht aktiv irgendwo einsetzen, aber er kriegt trotzdem, ne? Es baut sich ein bisschen was auf. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier theoretisch. Ich weiss echt nicht. Ich könnte ihn verheiraten. Ich könnte ihn übrigens auch adoptieren. Okay, der hat fünf Hingabe, sehe ich gerade. Wir brauchen sieben Autorität, damit das funktioniert. Ah ja, kacke. Es ist doof, dass ich ihm hier diese Dings immer gegeben habe. Dann brauchen wir halt eine Autopad mehr. Oder ich lasse es, kann ich natürlich. Ja. Jetzt dürfte er nicht weit genug kommen. Ich weiss noch nicht genau, wo er ist. Ich würde sagen, das müssen wir jetzt nicht selber noch kämpfen, oder? Das machen wir noch kurz. Wenn ich sie jetzt frei lasse, kriege ich zwar Geld, aber Athen mag das nicht. Wir töten sie. Ach doch, ich kriege bei beidem Geld, sehe ich gerade, aber nicht so viel. So, hier. Die Feinde eures Feindes werden euch allerdings wohlgesinnt sein. Wir töten sie. Nichts Persönliches. Es tut mir sehr leid. Wir können ja auch so tun, als ob wir sie nicht getötet haben. Und wir sagen einfach allen, dass wir sie getötet haben. Und jetzt haben wir hier Militäraktionen gegen Epirus 28. Das dürfte mir vielleicht. Ich werde eines Tages eine große Flotte bauen und zu Athen segeln. Dann werde ich die verdammte Stadt einnehmen. Fenix, grüß dich. Hallöchen. Ich fühle mich geehrt, euch zu empfangen. Ihr dient eurem Volke gut. Es sind halt nur 60, die ich kriege über den Handel. Das ist ein totaler Quatsch, da jetzt groß zu investieren. So, also er ist zurückgerannt. Also er hat 20 Mann. Er hat hier voll schon aufgestockt. Ich sehe in der Etruskischen Liga eine weniger große Bedrohung als in Rom. Selbst wenn die Etruskische Liga dank meiner Hilfe jetzt Italien einnimmt, haben wir eine Friedensphase, wo ich eine Armee baue und kann, um sie dann feindlich zu töten. Handeln? Nein. Ich bring euch um. Ja, das ist eine bewährte Methode von mir. Jeder, der nicht handelt, will ihn einfach zu töten. So. Also. Wie machen wir das? Ich glaube, ich mache hier noch kulturelle Konvertierung. In sieben Runden haben wir das. Ich muss dringend ein bisschen was ausbauen, damit wir mehr Geld machen. Ansonsten wird es dann doch arg schwierig. Trinkend. Hier machen wir den Getreidemarkt rein. Dürft ihr über die Landwirtschaft dann ein bisschen mehr Geld geben? Welche Strategie spiele ich sonst noch spiele? Also ich habe... Ja, ich sage es mal so. Momentan tatsächlich fast nur Total War Rome oder Total War Warhammer. Ich spiele zwar sehr gerne Strategiespiele, aber ich streame sehr wenig Strategiespiele. Okay, also was sind die zwei Optionen? Der Rama existiert wieder, aber die werden verhungern. Er holt sich das. Dann holt er sich das. Ah, du wirst noch eine Fähigkeit. Handelsabkommen-Bonus. Wie kann ich Carpago dienen? Oh, Roma, das Nahrungsmittelbohr. Und dies, wir angehalten. Macht einen Fehler. Die Etruskische Liga macht den Fehler, darauf habe ich gewartet. Oh, Kacke. In drei Runden habe ich keinen Schutz mehr. Sieht so aus mit der Diplomatie. Oh, ganz mies. Ei. Also, Kartago wird nicht fallen, weil das ist der Hauptsitz. Hier habe ich eine Armee. Das könnte ein Problem werden. Hier habe ich... Ich stelle ihn auf. Ja, mehr Sicht, Feldverstärkungsrate, Rekrutierungskosten, Unterhalt hier, minus zwei Prozent. Zack. Kriegt zwei davon. Brechen wir gleich wieder ab, damit er hier rüber kann, damit er es wieder aktivieren kann. Da kann es nämlich nicht in einer Runde abbrechen und an einer anderen Stelle wieder aktivieren. Deswegen brechen wir es in der Runde jetzt schon wieder ab, wo wir es gerade aktiviert hatten, weil ich nur ihn kurz wollte. Ich bin fast am überlegen, mit meiner Armee hier nach unten zu switchen. Weil ich Angst habe, dass er hier nochmal kommt. Weil von der öffentlichen Ordnung her haben wir sie eigentlich stabilisiert. Ich glaube, ich mache das von hier runter. DIN haben wir nicht Angriffspakt. Der wird nicht kommen. So. Es wird jetzt, glaube ich, Folgendes passieren. Und zwar. Er greift das hier oben an. Ähm. Rom ist offen. Er wird Rom holen. Dann wird er das haben, dann wird Rom verteidigt. Ich kann dann nach Brundisium marschieren. Das, was ich schon länger vorhatte. Ich werde das sogar so machen, dass ich hier einen Hinterhalt lege. Im Idealfall passiert Folgendes. Er denkt, freie Bahn. Er läuft. Hinterhalt. Boom. Tot. Dann kann ich nach Brundisium, ohne dass er da noch drin verteidigt. Er wird Rom holen. Das heißt, er wird mindestens eine Runde entfernt sein hier. Ich kann, nachdem ich Brundisium habe, hier hinschleichen. Und dann auf seine Reaktion warten. Entweder geht er nach oben. Oder geht zurück. Wenn er nach oben geht, um, finally, die etruskische Liga wieder aus Norditalien zu holen. Also zu verdrängen. Um zu versuchen, da was zu machen. Kann ich Neapolis holen. Kann meinen Agenten verschieben. Und hoffen, dass ich eine Hungersnot auslösen kann, um Rom finally zu töten. Das Schlechteste, was passieren könnte, ist, Hinterhalt scheitert. Beide greifen mich an. Ich muss mich zurückziehen. Und, äh, dann sitzen wir in dieser Situation weiterhin fest. Die wir jetzt gerade haben. Ich bewege mich mal sneaky, sneaky hier hin. In einem Gewalt, in einem, in einer doppelten Geschwindigkeit kann ich dann nach Brundisium. Ich hoffe es dann vielleicht mit beiden Streitkräften Brundisium einzunehmen. Ähm... Ich bin halt hier ein bisschen Probleme, ne? Ich muss den Libyen jetzt dann auch, glaube ich, bald mal helfen. Vielleicht schaffen sie es, das selbstständig in den Griff zu kriegen. Vielleicht aber... Ja, diese Minus Gravitas für die anderen Runden. Good night, Pure. Hüppe, Wunder geht gerade pennen, deswegen good night. Mögen euch die Götter des Verlusts. Jetzt aber, oder? Mein Gott, du bist die Fraktion, die mich am meisten mag. 85. Alle anderen haben schon gesagt, ja, let's go. Finde ich total toll, mit dir Handel zu treiben. Außer Rodos. Rodos ist auch genauso mühsam. Seid willkommen und spreche. Ich habe so tolle Waren. Sie sind alle so schön, sie sind... Mein Volk ist drei. Nicht jetzt? Toll. Seid gegrüßt, mein Freund. No way. Die Galater haben hier... Die Türkei wird dominiert von den Galatern. Lul. So, mal gucken, ob mein Plan aufgeht. Nice. Ich mache das gut selber, weil ich Spaß am Hinterhalt habe. So, also. Das ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Kavalerie, die Kampfgruppe wartet auf eurem Befehl. Uns gesegnet. Spaß, weil man sie so easy abschlachten kann. Nein, Spaß, weil es geil ist, mit den Dings die runterrollen zu lassen hier. Ja, ich hätte es viel, viel weiter hier drüben machen sollen. Obwohl der General weht hier gerade. Ich habe meine Kalorie vergessen. Zurück. Hallo. Wie wäre es mit Befehlen befolgen? Ist das was? Danke. Ich werde, glaube ich, wieder mehr Leute verlieren, als bei der automatischen Schlacht. Komm jetzt. Sehr schön. Das war nicht der feindliche General. Oh mein Gott. Ja, die mal aufzuschießen. Ich glaube, ihr ballert echt nur auf die eigenen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Bunsen. Ja, aber schlecht, wenn nicht, oder? Ja, läuft doch nicht noch weg, Mann. Dann einfach ein paar Spiere werfen, damit sie ein bisschen Feuer rein. Mehr muss es nicht sein. Das sollte schon reichen. Here we go. Schau'n, die es ist! Schwerfläger! Setzen Sie ihn dann! Schwerfläger! 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 Bereit! Haltenrad! Schwerfläger! Schneller weiter! Schwerfläger! Schwerfläger! Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich Pech habe, zieht er die andere Armee nach Brundisium und holt gar nicht Rom. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Römer versuchen, um jeden Preis Rom wiederzuholen, aber ich weiss gar nicht, ob er wirklich so agiert. Es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass er die Armee, die in Neapolis momentan steht, dass er die nach Rom verschiebt, äh nach, nach, die Spitze. Also die hier, in einem Gewaltmarsch. Er holt Rom.